6 Euro Quadratmeter bezahlt, dieser Quadratmeterpreis soll auch für den Hauf der 51 Quadratmeter durch die Marktmeldung vorangezogen werden. Die Fläche von 51 Quadratmetern ergibt sich wie folgt. Abschreibung des Brennstückes 7 vom Grundstück Nr. 1972 EZ 29 im Ausmaß von 65 Quadratmetern, Zustreibung zu Grundstück Nr. 1973 EZ 50.000, öffentliches Gut. Abschreibung des Brennstückes 8 vom Grundstück Nr. 1973 EZ 50.000, öffentliches Gut im Ausmaß von 40 Quadratmetern und Zustreibung des Grundstück Nr. 1972 EZ 29.000. Brennstück 6 vom Grundstück Nr. 1971 EZ 25.33 GVB im Ausmaß von 45 Quadratmetern und Grundstück Nr. 1973 EZ 50.000, Marktgemeinde Wibow. Das heißt, wir geben uns mehr und kaufen noch ein bisschen mehr. Ich stelle den Anteil für Gemeindenatwürdig vorliegende Vereinbarung zwischen der Marktgemeinde Wibow und Kern-Armoth, das sollte über den Verkauf von 51 Quadratmetern und Preis von Euro 6, somit insgesamt 306 Euro in seiner Gesamtheit beschließen. Wer da bis einverstanden ist, bin ich mit Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe. Verhaltungen. Tagesordnung. Punkt A. Tagesordnungspunkt B. Durchführung des Teilungsplanes GZ 81.7.16 des Herrn Demolkenschön. der E. und Kerschbauer beschwissen, für die Trenngrundstücke 6 und 7 soll die Widmung zum Gemeindepunkt beschlossen werden, für das Trenngrundstück 8, die Widmung zum Gemeindepunkt, aufgewogen werden. Wer damit einverstanden ist, bin ich um ein Zeichen dazustellen. Gegenrufe, Enthaltungen und Dankeschön, auf dieser Antrag ist einstimmig angenommen. Somit sind wir am Ende der öffentlichen...